Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung bei uns hier auf dem Kanal sofort und gleich. Und das Spiel nennt sich West Legends. Das ist ein 3 vs. 3 und wir fangen jetzt einfach mal an. Mal schauen, was passiert. Ich spiele es jetzt das erste Mal. So, gibt es einen Raubzug. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Also, nur ein kleines Tutorial gehabt, eine kleine Einführung. Schauen wir mal, wie es klappt. So, ich habe keine Ahnung, wie es klappt. Nachladen. So, wie ich nahladen kann. Den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Oh, Alter, Vater. Verschwinde. Ich kann nicht mehr schießen. Wo kann ich nicht mehr schießen? Wo ist das? Kann ich nicht mehr schießen. Ich kann nicht mehr schießen. Okay. So, tiposか. So, ich kann nicht mehr schießen. Ich corresponde es zur Stadt. Ich schießen. Ich würde mal sagen, die haben wir ziemlich fertig gemacht, oder? Das haben wir gewonnen, würde ich mal sagen. Okay, es lief eigentlich sehr gut, jetzt öffnen wir mal, da ist so eine Truhe hier, freischalten, geil, Laden, was gibt es hier im Laden, ist da irgendwas, was ich haben kann, ich glaube es nicht, so, was ist hier bei den Erfolgen, Kampf, ah, da kann ich was beanspruchen, okay, 100 Diamanten und 1000 Gold, so, ja, dann machen wir nochmal Belohnung abholen, okay, also dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Kampf, und weiter geht's, auf geht's, bestätigt, 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 hole die meisten Punkte, kämpfe um Sterne aus dem Save oder erledige deine Gegner umzupumpen. Das Nichtous-Erlsägeiciежду. . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die haben ja echt keine Chance gegen uns. 51 Punkte gegen die. Lächerlich. Victory. Level up. Eine Runde machen wir noch. Dann machen wir noch ein Save hier auf. Anfänger-Kampftruhe. Okay, cool. Machen wir mal auf. Auch die noch. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war, was ich gemacht habe. Volltreffer Level up. Kann ich wohl nochmal aufleveln. So. So. Dann haben wir das hier. Kann ich auch aufleveln. Und auch nochmal aufleveln. Volltreffer. Auch das hier kann ich aufleveln. Das hier kann ich auch aufleveln. Und gleich nochmal aufleveln. Okay. Dann haben wir hier die Reichweite. Kann ich auch aufleveln. Und noch eins aufleveln. Und noch eins aufleveln. Dann haben wir hier noch diese. Alter. Äh. Die. Das haben die anderen doch alle schon gehabt. Und die waren trotzdem schlechter als ich. Ein Held wechseln. Geht das auch? Katis. Vigo. Umbri. Wayne. Was ist das für eine? Kostenlose Testversion. Kaufen. Okay. Wow. Der ist auch cool. Gefällt mir. Und der sieht auch nice aus. Kann ich alle kaufen hier. Okay. Alles klar. Äh. Erfolge. Da ist wieder was mit hinzu gekommen. Was ich wahrscheinlich in Anspruch nehmen kann. Ah. Hier oben. Das kann ich in Anspruch nehmen. Und. Ja. Und das kann ich auch beanspruchen. Alles klar. Dann gehen wir hier zurück. Was ist das hier? Den kann ich aufmachen. Ich gucke nochmal was mit hinzu. Wieso für Bobo. Ich bin noch gar nicht sicher. Bobo. Okay. Alles klar. So. Dann mache ich jetzt noch... Da oben ist noch irgendwie ein Geschenk. Ne. Achso. Bonus für den ersten Kauf. Alles klar. Und da? Tag 2 gibt es die da. Okay. Alles klar. Belohnung abholen. Gibt's hier auch noch was? Okay. Öffnet 3 Kampf-T widenersmith. tun. So, also bedeutet, ich mache jetzt hier noch einen Kampf. Und dann schauen wir mal. Brauche ich noch Gegner hier. Leute, ich brauche Gegner. So, auf geht's. Ich brauche Gegner. So. Sammle Juwelen, die auf der Karte verstreut sind. Sammle die meisten Juwelen. Kein Thema. Machen wir. Oh, jetzt sind wir da unterwegs. Alles klar. Ich muss mich bei mir erst mal hochheilen. Na, wo seid ihr denn, Babys? Den haben wir. Da oben versteckt sich einer. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Baby, dich hole ich mir. So, du bist tot, Kollege. Hier die Steine hole ich mir auch noch. Da unten rennt die Nummer 1 rum. Der tatsächlich die meisten Steine hat. So, deine habe ich jetzt auch. Den haben wir auch platt gemacht. 28 zu 4. Sag mal. Sind die anderen alle nur so schlecht? Oh, da hat sich dir gleich mehrere geholt, Kollege. Dich kriege ich. Dich kriege ich. 32 zu 5. Wohin ist der denn lang? Der hat auch keinen Plan, ne? Von dem, was er macht. Dich habe ich auch, Kollege. Da unten rennt irgendwo die Nummer 1 rum. Dich dann, die Nummer 1 rum. Jürgen. Was ist der denn? den haben wir auch noch 50 stück erreicht man locker easy kollegen easy sie war nur noch zu zweit oder was echt okay also auf jeden fall ein sehr sehr lustiges echt cooles spiel witzig umbenennen ja natürlich das muss ich doch machen mensch leute geht doch gar nicht anders sofort und gleich yt es geht sogar sofort wird ja alles groß okay dann ist ja egal sofort und gleich yt coole sache unbenennung bestätigen ja klar ja natürlich was der name ist zu lang geht doch nicht hergleich yt alles klar okay dann müssen wir natürlich noch ein match machen geht ja nicht alles ein match müssen wir dann jetzt noch machen die leute so anfänger kampftruhe die nehme ich mir jetzt auch noch ja das eine bezahle ich dafür ist doch gut so gucken wir mal oh ja ja sehr nice was haben wir sonst noch hier belohnung abholen das beanspruche ich auch noch dann kann ich den auch noch aufmachen was kriege ich dafür für wiko wiko habe ich doch gar nicht leute kann wiko zwischen mit wiko rache reichweite geschwindigkeit alles klar ich habe kein wiko 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 ok also dann geht's los gehen wir hier in den kampf freuen und dann auf los geht's los ein letztes match noch und dann graf zeppelin und aspar russi gegen sticks müsste barm und lumien ok das ist jetzt passiert dann habe ich auch kollege kannst du überhaupt und was du bist auch schon tot ok jetzt bin ich mal tot alles klar kollege ich kriege ich ich kriege ich ich kriege ich bääh ha 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 da kommt doch her hau safety auch tot auch tot kraft zeppelin mit en wo 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 Okay. Auch schon wieder tot. So, ja. Das sieht aus nach einem ziemlich erfolgreichen Match. Victory. Ja, wo bin ich denn da? So, ich bin auf Bronze befördert worden. Alles klar. Ja, ähm. Auf jeden Fall ein cooles Ding hier. Die machen wir jetzt auch noch auf. Gucken wir mal, was drin ist. Bestätigen und für Cora. Auf jeden Fall mega cool. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glock. Um über neue Videos von uns informiert zu werden. Und schalt das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt West Mova oder wie heißt es jetzt genau? Wild West, ne? Ähm, 3 vs. dry Mova Mova Oder wenn ich euch ein neues Spiel vorstelle. Alles klar. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss. Talent. Welt wechseln. Okay. Jo.